Hallo, lasst uns gleich einsteigen in den Einstieg, die erste Phase eines jeden Workshops. Was ist bei einem Einstieg in einen virtuellen Workshop zu beachten? Zum einen sind die Teilnehmer online dabei, das heißt, es ist ganz normal, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer nach der anderen einwählen. Ihr achtet bitte darauf, dass der Workshop ganz bewusst beginnt. Die Zeit bis dahin vertreibt ihr am besten mit einem kleinen Filmchen, mit einem Quiz, mit einer Online-Umfrage oder auch mit einem Counter. Wichtig ist, dass die Teilnehmer merken, jetzt beginnt wirklich der Workshop. Der zweite Punkt ist die Arbeitsfähigkeit. Stellt sicher, dass alle Teilnehmer dabei sind und dass jeder nicht nur euch sieht und hört, sondern auch die Möglichkeit hat, sich selbst in den Workshop so einzubringen, wie ihr das vorher geplant habt. Der dritte Punkt, der anders ist, ist, dass ihr darauf achtet, schon früh die Arbeit zu verteilen. Die wichtigste Rolle, die ihr an einen der Teilnehmer abgeben solltet, ist die, sich um das Technische zu kümmern. Also, jemand hat noch seinen PIN vergessen oder weiß nicht genau, wie das Mikrofon funktioniert, delegiert diese Aufgabe an jemand anderen, damit ihr als Moderator den Rücken frei habt, um den Prozess zu stoppen. Andere Rollen, die ihr verteilt, könnten zum Beispiel sein, jemand, der darauf achtet, in welcher Reihenfolge Beiträge eingegangen sind oder ein Protokollführer. Das waren die Punkte, die ihr bei einem Einstieg in einen virtuellen Workshop beachtet. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Deshalb bleibt dran! Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wiedersehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wiedersehen.